Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman. Wir haben ja gerade erfolgreich so einen Auftrag gemacht und jetzt habe ich noch mal vor, was für den Panzer und so einen kleinen Auftrag zu machen. Hier habe ich vorhin freigeschalten, als ich hierher geflogen bin für diese Aufgabe. Ich habe mir gedacht, was war denn das? Und da habe ich jetzt mal geguckt und dann müssen wir ja mal schauen, was das Schönes gibt. Gucken wir mal. Ich bin froh, dass wir hinter den Barrieren hoppen. Da draußen ist es jeder für sich. Keine Sorge, das Nicht-Milizpersonal hat strikte Befehle. Die von denen wir wissen, da draußen laufen Psychos rum, die auf keinen... Au, 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 au. Da ist ein Geschütz. What the fuck? Worauf wartest du, Batman? Das ist ein Riesenpanzer. What the fuck? Das ist noch nicht vorbei. Ich mache euch alle platt. Waaaaaah, tschack! Und tschack und tschack und tschack und tschack. Und tschack und tschack. Hey. Der war zu weit weg, verdammt. Aber BÄÄÄM! Alle platt gemacht. Sie sind da draussen. Alter, da ist sie erstmal... Was ist das? Dieser Batman kämpft sonst gegen irgendwelche Straßenschläge. Aber wir sind ausgebildete Soldaten. habe ich das bild kaputt gemacht tut mir jetzt aber leid die panzer muss irgendwie ausschalten mit dem werde ich mich jetzt garantiert nicht anlegen alter um sind ja noch ist ja makarber da ist ja überall was los wo wolle ich jetzt hin ah warte mal da kann ich noch so ein ding ausschalten das ist modernste technik mein herrn er wird nicht wissen was ihn da getroffen hat ein tor Ich will auf Fledermaus hier abgehen. Nicht vor Morden, Soldat. Bis dahin bleibt dieser Traum abgeriegelt. Der Neid zeigt uns also monatelang, wie man die Fledermaus töten kann und wir sollten hier einfach nur warten. Genau so töttet man die Fledermaus, du Idiot. Man überwacht den Himmel, die Straßen, die Dächer, damit er sich nicht bewegen kann, ohne dass auf ihn geschossen wird oder dass er sich anstrengen muss. Die Fledermaus kennt Gott. Er denkt, das ist seine Geheimwaffe. Aber jetzt ist es unsere. Aha, ich hab ne Idee. Uh, die ist gut. Okay, funktioniert doch nicht. Verdammt. Das werde ich wohl noch nie ausschalten können, aber ich will jetzt wissen, was das für ein Dings ist, was ich mir markiert hatte. Ja, ja, bla bla. Ne, das war's falsche. Ich wollte Wayne Tisch machen. Geile Aktion, Mann. Bist du verrückt, dass du uns der Neid niemals antun? Ich meine das ernst. Überleg mal. Wäre Ace Cabot jetzt vollständig explodiert, wäre jetzt das Gas überall. Wir sind der Notfallplan. Und weißt du was? Wenn wir scheitern, gibt's garantiert noch einen zweiten Notfallplan. Wenn du das so sagst, will ich zum zweiten Notfallplan gehören. Was ist genug, du Pisser? Sprich, erwähne ich lauter. Wir können dich nicht hören. Ihr, ihr werdet nicht gewinnen. Du sagst als, als ob du noch ne Chance hättest. Das Spiel ist aus, Freundchen. Du bist erledigt. Die ganze Stadt ist erledigt. Es gibt absolut nichts, was du oder sonst jemand dagegen tun könnte. Sieh dich doch um. Alle sind fort. Zack, zack, zack und zack. Oh mein Gott. Aber du legst mal die Knarre weg. Muskelbrotze. Mist. Ja, die sind noch ein bisschen zu stark für mich. Oder in die Schlüter. Geschafft. Ich hab's geschafft. Ich meine, natürlich hab ich das. Klar, wie erwartet. Oh, Vogel. Ich probiere es nochmal. Nein, ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. 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 Ich bin mir sicher. Ich bin ein Raffmanager. Ich bin ein Raffmanager. Sollte das etwa wehtun? Ja, Mann! Na, ok, das ist, äh... Scheiße! Attemt! Ich dachte, der Kerl wäre tough! Was bist du eigentlich? Ja, das werde ich auf jeden Fall machen müssen. Die Hau nehme ich ganz schön zu, die Säcke. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem erstmal das andere, was wir uns ausgesucht hatten. Und zwar das Waintash würde ich gerne probieren, was ich vor uns rausgesucht hatte. Gut, schnell. Klar. Wir befreien diesen Ort! Gotham wird sich endlich frei entfalten können! Ich schaue raus und sehe, wie die mit den Autos rumheizen. Wann kriegen wir endlich ein bisschen Action? Fordere es nicht heraus! Bisher war der Job einfach, das kann gerne so bleiben. Hey! Hält mal! Was zum Hacker nassst du da? Wir sind hier! Lass uns nicht länger warten! Du und deine Riesen-Klappe! Manchmal hoffe ich, dass sie... Sie werden dich vom Asphalt kratzen, Batman! Ich hab's gar nicht gelesen, was ich machen muss. Steh's hier nochmal? Scheiße! Säulen aktiviert! 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 Oh, scheiße. Jetzt wollen wir wieder auf, ja? Wuii! Wo schlank, wo schlank, wo schlank, wo schlank, da lang. Geiler Parcours, kannst du nie meckern. Ah, ich durf sogar für ein Ding einsetzen anscheinend. Warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ich darf kein Driften einsetzen. Kann das sein? Ne, steht nicht für Driften, oder? Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich bin so fargeil. Was ist das, bitte? Ich bin so fargeil. 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 schon nein, verfehlt komm, 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 komm ja knapp geschafft so, jetzt können wir fortfahren so, jetzt können wir mal wieder was updaten mit vier Stück so, Fahrzeugupdaten am besten was ist das? ramen, okay kurz oder aufladen zu des Nachbrenners das ist jetzt so schwierig erstmal Ausrüstung so hier steht nie, doch hier steht hier aber wie freischalten geht hier nicht, steht hier nicht dabei, okay man steht hier dabei, wie ich das freischalten muss hab, zurück was haben wir hier noch an Spielzeug das war ich jetzt gerade dran, ne? sieht's hier aus na hier muss ich das noch und dann steht noch gar nicht da das probiere ich auf jeden Fall das probiere ich auf jeden Fall noch aus ich hab schon gar nichts, ah warte mal hier kann ich was freischalten springe von einem Dach ab und gehe direkt in den Sturzflugübungen das muss doch zuschauer sein das muss doch zuschauer sein und hier gibt's leider nichts rauszuhören, okay ist das zu fassen? ich war in Black Age im Asylum und in Arkham City hab Batman nie zu Gesicht bekommen nicht dein einziges Mal ich hatte wohl einfach Glück ganz kaum erwarten, dass Batman und der Arkham Knight sich gegenüberstehen was haben wir noch für Aufträge? ja gut, dann schauen wir was mal hier rein da 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 wer sind diese Armeetypen? sie nehmen Gebäude ein und sperren Straßen als hätten sie ihr das sagen haben sie ja eigentlich so warum hältst du nicht einfach die Klappe? du würdest auch schreien wenn du denkst die Federmuskriebe vor dir oh, heh von dem von dem von dem von dem von dem Da ist was grünes Da wurde ich nie Ja Echt? Magma, hier ist Tid Weg hier, was kriegt er uns No, Mag von hier Doch lieber weg Magma Oh, geil Gehen wir auf den Weg Und feuern Weit geht ab Rede endlich Ich sag dir, wann du aufhören kannst Du willst, dass wir über den Riddler wissen? Ich weiß ne Menge über den Riddler So So Äh Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight Ich auch, Master Bruce Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht Wo sollen wir anfangen? Arkham City Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde Und Alfred Sir? Sie wussten von Barbara Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bad Höhle Bitte bleibt wachsam Ich habe Oracle Batman Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin Du musst mich nur finden Nur ist Gotham groß Und zwischen uns steht eine ganze Armee Ich bin bereit für dich Ich bin bereit für dich Das Ding für wieder Alfred Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt Tief in der Straße vergraben Ja, ich sehe es Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt Ich überprüfe das Ich habe wie eine Bombe Es ist eine Bombe Mit schwerer Panzerung Oh je Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen Ich werde den Fernzugriff mit dem Bad Computer Einrichten und jeden Virus benutzen Den wir haben Sobald wir drin sind Kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen Sehr wohl, Sir Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbewannter Panzer ausgesandt Um sie aufzuhalten Werden Sie nicht Sir, der Virus destabilisiert das Gerät Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Waffe genug verlieren Dann wird die Explosion alles in einem Radius von zehn Blocks verdichtet Wie Sie vorher gesagt haben, Sir Er will das Gerät entschaffen Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert Die Bombe müssen aktiv beid lesen Das wir uns in unserer Versicherung Ich weiß, Sir Ich erledige ihn Wua Batman hat die Drohne zerstört Dafür bezahlt ihr Direkter Treffer bei einer Rettler. Mehrere Einheiten offline. Diese Maschinen sind unermüdlich. Der Hengsatz zu dir gegen sie nie auf. Was ist aber los, wenn sie das sind? Das ist ein Problem, die Murren. Und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Glaubst du etwa, das war es schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du... Die Milizkräfte haben überall in der Stadt Sprengsätze verteilt. Zeit, sie zu finden. Und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Die vermutete Arkenleid möchte eine Einmischung von außen verhindern. Was zur Hölle ist das? Die Bläder muss... Drehung! Mach schon! Die Bläder muss... Hör aufhören! Trägt das Pedal durch! Los! Erfrit, die Spur des Arkham Knight führt nach Neaghani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nichts hören, wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut, ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Viaghani Island ist voll mit Drohnen und Soldaten der Miliz. Vielleicht nicht mehr. Hör zu, Männer. Wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Da... Da, 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 da. Du gibst dich als Wächter, Batman. Als Beschützer. Hier steht einfach Martha Joker rum. Du sollst deine Freunde schützen. Einfach mal so. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knights. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Immer wahr, mit Elektro-Schocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, der kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben die Drohne. Der wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Treibt Batman auf das Terminal zu. Will ich nicht wissen, was Scarecrow und der Arkham Knight mit uns machen. Ganz schön viele. Ich seh mal nach dem Tücken. Hoch! Über dem Restaurant! Ich steh wache! Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Da bewegt sich was unter dem Boden. Hier ist nichts. Ich bin gut. Kein in euch! Wo seid ihr? Ich bin auf dem Restaurantdach gesächert. Der Garten ist sauber. Arbeitet zusammen! Ihr müsst keiner auf uns nicht überlisten. Mach ich schon. Meine Woten! Wo seid ihr? Ich bin im Restaurant! Okay, der ist da. Verdammte Scheiße! Nicht schon wieder! Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, breche ich ihn gegen! Zack! Zack! Und zack, meine Freunde! So, wie war'n wir noch? Hier der hinten war. So, das war's mit euch. Alle... Schade, dass du dich wärst, Batman! Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Hab' ich da richtig gesehen gerade. So. Oh, Joker wieder. Ach stimmt! Bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Das Nachtrag, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow, zeig einem wahren R2-R1-G zu Tänz und Batman! Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Hm, jopp. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Netz! Darum besucht Batman ein verleidendes Weiß aus. Eddie, Sieg, Sir, du verwechselst mich mit Rob, der Große und ich so süß gar nicht zugehalten. Oh, oh, ich weiß! Wegen dem, was seiner Katze nach Freunden passiert, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockierend, so klar, erstaunt. Das hast du nicht erwartet. Weil du mir nicht gemacht bist, Atron, der Rick und ihr Intellektor. Dachtest du, ich hatte es, bis unsere letzte zusammenkommt, so klar, erinnert? Du hast mich gedämen, du bist nicht. Dieses Mal los, mach ich nicht schlafen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belegne deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde teukieren, über deinen Leicht nach Leicht zu stehen. Und während du deinem Beschränkungsgeist enggültig alle Worte ausgehen. Dass du nur daran denken könnt, die ich dich besiegt habe. Aber, komm zum Weißen aus in den Tiefen, oder sie sterben, oder sie sterben. Freak! So, ich habe wieder zwei. Oder, das habe ich da schon alles? Gucken, wo wir die einbauen können. Seitenschub. Das Nachbrenner. Ausrüstung habe ich noch gar nichts gemacht, in dieser Richtung. Da habe ich schon mal nicht so viel. Ja, und das mal nehmen. So. Ich werde nach den Sprengsätzen. Ich hätte das Wurdisch gar nicht. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Suchen, die die Miliz überall in der Stadt verteilt hat. Immer dran denken. Wenn ihr Wettmann seht, schreien und angreifen. Das zieht immer. Aber ganz ehrlich, wo ist denn hier ein Waisenhaus? Zentrale, bitte kommen. Vandalierer befinden sich auf Mirgarly Island. Zalka 20 Ende. Diese Panzer und alles müssen ein Vermögen gekostet haben. Was macht die Fledermost denn hier? Zalka 20 Ende. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nygma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Sobald Alfred das System neu gestartet hat, werde ich das Batmobil nach Mirgarly Island bringen. So, und in der nächsten Folge werden wir Catwoman befreien. Wenn ihr euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis zur nächsten Folge. Und bis zur nächsten Folge.